So, willkommen zurück. Ja, ich war jetzt essen und wie gesagt, jetzt greifen wir das Ganze mal an hier mit dieser Fabrik. Mit dieser elenden Fabrik. Ne, schmarrn. Es ist gar nicht nach dem Mittagessen. Okay, es ist eigentlich nach einem Abendessen, nach einer Woche oder so. Und ja, erst muss ich natürlich sagen, herzlich willkommen zu unserer neuen Seite der Dojo LP. Ich, also Velvet, Devonka und Yurika haben uns zusammengeworfen sozusagen auf einen Channel. Und ja, jetzt releasen wir hier die Folgen sozusagen. Und jetzt müsste es genau am heutigen Releasetag der 19. April sein. Also, heute müsste Freitag sein. Falls nicht, dann ist noch was schiefgelaufen bei mir. Ist ja nicht so selten, dass das passiert. Und ja. Wie dem auch sei, wir machen jetzt hier weiter. Genau, wir haben jetzt hier unsere schönen Minigun und so weiter. Genau, und da ist alles mit Lot sozusagen. Die Schutzweste haben wir auch. Und für die Mission müssen wir nach links. Und übrigens, ich habe jetzt auch ein bisschen was an den Einstellungen geändert und sonst was. Äh, wegen, ähm, Breitbild. Und ich hoffe jetzt, dass wir das Ganze hier im Breitbild genießen können. Haha. Mal gucken. Genau, erstmal hier das, das Gedöns hier. Das kennen wir schon alles. Dann steigen wir gleich mal hier in das Auto. Und dann werde ich alle auseinandernehmen. Boah. Ja, willst du denn kommen? Beziehe dich. Jetzt habe ich immer noch eine Stimme. Ah, ist euch keine Stimme. So. So, okay. Unauffällig ausgestiegen auf dem Auto. So wie es sein muss. Dann haben wir mal die Minigun aus. Natürlich. So. Sprinten bringt ja nichts. Mit der Minigun können wir nicht sprinten. Jetzt knallen wir doch schon mit ein, ne? Weil, mein Gott, schadet nie. Hahaha. Lustig. Ich habe hier Hilfe gejagt. Wo ich noch gar nicht drin war. Ah. Ja, jetzt kommt ihr. Kommt ihr. Ich nehme mich halt auseinander. Ja, du bist dran und... Was willst du denn hier oben? Ah, haha. Du kannst ja gar nichts, Alter. Du bist so ein Lowey. Krass. Aha, okay. Gut. Du stirb. Und da oben. Weißt du was? Ich habe was für dich. Ich stirbe auch. Komm. So, wer will noch eine Message von mir haben? Von wo schießen die? Jetzt haben wir das Problem mit der Bissau. Ich weiß nicht, von wo die schießen, ne? Ihr könnt... Die überall sein. Da, hier kommt. Stirb. Und da oben. Ja, komm. Okay. Stirb. So. Sonst noch wer? Ne? Gut. Dann machen wir die Maschinen hier kaputt. Bam. Nummer eins ist kaputt. Ist oben überhaupt irgendwer? Ne? Ich glaube nicht. Okay. So. Mal. Das geht schneller, wenn wir den Gabelstabler kaputt machen. Glaube ich einfach mal. Wahrscheinlich irre ich mich gerade. Aber... Na doch. Ja, hat gerade geklappt. Gut. Gut, dass wir ein bisschen Munition dabei haben, weil die Dinger halten da schon noch ein bisschen was aus. Komm, nachladen. Epp. Mach weiter jetzt. So. Ah, da kommt schon hier. Dich habe ich doch gesehen, ey. Ja, komm. So. Sonst noch wer? Oh. So. Geht kaputt. Komm. Du auch. Da haben wir natürlich nur noch zwei übrig. Nach dem jetzt. Ja, komm. Erst mal nachladen. Ja, da kommt noch einer. Oh, Mann. Vielleicht sollte ich vielleicht nicht auf mein Fluchtfahrzeug schießen. Ich glaube, das wäre ganz von Vorteil. Machen wir was. Er lebt jetzt noch, oder? Ach, da draußen steht auch einer. So. Weißt du, ich denke, ich merke das nicht, ne? Was solche Idioten, ey. Krass. Na gut. Ah, drei sind nur übrig. Okay, drei sind nur übrig. Wenn ich jetzt, äh, Minimap, Minimap da vertraue. So, komm. Du auch noch. Und dann noch der hier. Und dann haben wir es. So, sehr guter Job. Äh. Soll ich mal schauen, wenn ich noch da? Weil von da, wo wir das letzte Mal abgeknallt. Ja, plötzlich ist da niemand, ne? Okay. Sag bloß, wir haben es jetzt geschafft. Ja. Das wäre praktisch mit Ankündigung gewesen. Sowas aber auch. So, einfach nur zu Woosie zurückkehren. Ganz normale Spazierfahrt. Ein paar Leute ummähen, wie hier gerade eben. Ganz normal halt. Ganz normal. Okay. Dann fangen wir jetzt hier rein. Und da kannst du wieder ganz so ganz geschmeidig runterfahren zum Casino. einen Tag, relaxed auschillen am Blackjack-Tisch. Ja, und dann, wer weiß, vielleicht haben wir uns ein, zwei, drei Frauen noch mit dazu. Und dann ist die Welt sowieso in Ordnung. Boah, Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Yeah. Endlich. Also in der Mission auch, das wäre echt, äh, hätte schon gedacht, das wäre echt meine, meine Nemesis-Mission. Also die Mission war echt so und nicht ohne, war echt nicht, war echt nicht ohne, ja. Also Wahnsinn. Vor allem, weil, wir dringen in Area, oh, was macht der denn da? Uh, oh, ich habe das verleert, wenn man Auto fährt. Egal. Ich fahr trotzdem weiter. Äh, nee, genau in Area 69, ne? Ja, ohne Problem ist, wenn wir da reingekommen. Also, streng geheime militärische Projekte stehen, wir haben ein Jetpack bekommen von denen, ja? Und, äh, Hauptsache, wir kommen, so eine gründige Plastikfabrik, weißt? Naja, was rege ich mich auf, wir haben es geschafft. Ich freue mich, Leute, ich freue mich. Haha. So, was hast du zu sagen? Das ist sehr schön, das ist sehr schön. Boah, 10.000, das gab richtig Cash. Ja, aber für die Mission haben wir wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch 10.000 ausgegeben, so ist es nicht, ne? Nicht, dass, wenn man jetzt hier denkt, oh, das ist aber viel Geld gewesen. Nein, 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 nein. Das war schon, äh, also das, ich würde sagen, Schadensbegrenzung haben wir jetzt betrieben hier. Wir müssen neblig hier, schade gerade. Aber, na, man kann nicht alles haben. Ha, nee, das will ich jetzt gerade nicht machen. Ich will weiter, äh, die Ocean Eleven Mission machen. Aber, nee, erstmal natürlich Blackjack spielen, habe ich ja ganz vergessen. Einmal möchte ich bitte an den großen Tisch. Bist du großer Tisch? Ja, das ist ein großer Tisch. Oh, sehr gut. Och, komm. Heißt, ich muss billig Blackjack spielen. Hallo, billig. Hey, Mann. Mach's mal, das ist gut, 1.000. Komm. setz mal alles auf Rot. Umschalt L, okay. Da fließt das Geld, da fließt das Geld. Yeah. I'm so rich, baby, I'm so rich. So, dreh das Rad. Rot, 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 rot. Ähm, ja, ähm. Ja Puh, was soll ich dazu sagen? Alles aufruft Oh man Das gibt's doch nicht Krass Komm, jetzt eben Jetzt, komm Jetzt will ich rot sehen Gib mir die rote Bam Und da haben wir unser Für das wieder reingemacht Nehmen wir mal hier Ich glaube jetzt Das Ding hier Betrifft praktisch die ganze Spalte hier Also wenn eine Zahl von da kommt Und das machen wir mal Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht Ich glaube, das könnte sich lohnen für uns Los, alles auf die Die hier halt Komm schon, gib mir am besten eine 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 20, 20, 24, 26, 28 31 und die 34 Okay Ja, muss man eingestehen Haben wir uns verzockt Ne, komm Blackjack Äh, Blackjack Toilette ist scheiße Komm, Flecken wird's hier Blackjack spielen Nein Mein Skill ist nicht hoch genug Natürlich ist denn das nicht Denn zum Blackjack spielen braucht man auch Skill Im Casino, ne Da schauen die Casinos auch drauf, ne Egal Damon Blast Bisschen viel geworden, ne Ja Hast du recht, ey Ich hätte gedacht, die Größe der Runde würde Keep die Nummern Hey, spreche auf, wir können dich nicht hören Hier Ich empfehle deine Input Aber bitte Fuck off Was er sagt? Er sagt, fuck off Komm, komm, raus aus Hey, was du noch hier machst? Ich live hier Oh, okay Du kannst bleiben Great Hey Wo ist der Kaffee und Donuts? Okay, schau Ich gehe los, ich gehe los, die Stadt's Power-Source-Wolle Schau dir diese Folle für mich Okay Jetzt Die wichtigste Sache, die sich mit einem Plan wie dieser Ist, dass nichts falsch geht Weise Worte eines weisen Mannes Begib dich zum Flughafen Du brauchst dein Flugzeug, um mit dem Fallschirm über dem Damm-Kai abzuspringen Ach, was Sag bloß, die müssen jetzt wirklich da zu dem, ähm Dings, was ich gemeint habe Ja, okay Gut, dann machen wir das auf jeden Fall so Wenn die das so wollen, das Spiel, dann mach ich das auch so natürlich Ich dachte, die Mission kommt erst irgendwann später Aber anscheinend kommen sie doch jetzt schon Und ich weiß nicht, ob ich jetzt lachen oder weinen soll Das wird sich dann herausstellen Vielleicht haben wir so eine, äh, die nächste Nemesis-Mission dann Für uns Äh, mal gucken Okay, jetzt sind wir hier rein Ob, 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 gut Mh, jetzt müssen wir uns überlegen Wie komme ich am besten zum Flughafen Ich glaube, da fahre ich jetzt einfach hier rechts rein Und dann bin ich ja fast schon da Müsste, hätte, eigentlich, sollen, sein Hoffe ich mal So, ja Äh, ne, hier geht's nicht rein Hier geht's hier irgendwie nur Verdammt, ich glaube, das ist die falsche Seite Egal, fangen wir einfach Einmal rundherum Ah, ne, doch Äh, doch, hier richtig Passt schon So, steig Ja Ey, was ich dafür machen muss für den Pilotenschein Ja, also bitte Ach, sag bloß, ich muss den hier benutzen Ja, ja, mach ich gerne Mal ein bisschen zurecht drücken Das musste so sein Das war, äh, das ging nicht anders Ach, schon, dass er das Ding mit dem Lade Mit der Laderamprenten Oder Ladeluke, wie auch immer Ja, komm Sprint ein bisschen Genau, ich erinnere mich So, dann fliegt die Maschine zum Absprungsort Über dem Damm Ach, wir heben schon ab Und Räder einholen Ne, die brauchen wir nicht mehr Und dann fliegen Da mit dem Ding Ja, zum Damm Ja, das war ziemlich heftig eigentlich Ich glaube, die Mission Erinnere mich, glaube ich Also, das war nicht ohne, glaube ich Weil das ziemlich krass bewacht ist, glaube ich Das Ganze da Und da müssen wir noch reingehen Und da das Sprengsatz installieren Oder sonst was Aber ich glaube, die Mission war Äh Nicht ohne Aber gut Das erste fliegen wir jetzt erstmal hin Und dann schauen wir uns das Ganze einfach ganz gemütlich an Und dann Sämmer ja, wie es wird So Och Es blitzt und donnert Ach, ich muss sofort noch weiter hoch Okay Dann steigen wir mal Also, ich meine, der Blitz und Donner ist draußen Aber er tut es draußen, natürlich Donnerstag, schöner Tag, was heute Bis jetzt Und ja War es wohl mit dem schönen Tag Gewitterzeit Das erste Mal in dem Jahr bei uns Ja Ja, komm Bla, bla, bla Ich will ja nicht hochkommen Ich werde mal gleich ein Looping oder so Weil ich kann es ja nach oben fliegen Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin Ich versuche einfach nur so einen Kreis nach oben zu fliegen Aber irgendwie Ach, da ist die Markierung Ich sehe sie Oh Ich habe ein Ziel Vor Augen Ach, Kinder Das kommt schon Gut, dann Ähm Hey, kacke das mit dem Gewitter Das ist voll kacke Nicht, dass dann wieder Strom ausfällt oder so Das wäre nicht so geil Wird dann der Aufnahme Strom Also, falls ich weg bin Ganz plötzlich Wisst ihr, woran es liegt? Das war dann höhere Gewalt So, jetzt aber hier durchfliegen Komm Let's go Let's go